Alter, was ist das? Was kommt hier runter? Alter, die tun weh. Was ist los, Alex? Moin, ihr Sizzler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir einen unfassbar hochwertigen Burger. Er wird super lecker, schnallt euch an. Und eins verrate ich euch, er kostet keine 1.000 Euro. Und da komme ich ins Spiel, denn worum geht es hier eigentlich heute bei so einem Video? Ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen überlegt, wie kann man es aufziehen, wie kann man es machen? Denn wir haben in diesem Video sehr viele Neuerungen. Und wie ihr wisst, nehmen wir euch ja immer sehr transparent, Step by Step, bei allem mit, was wir so tun. Und deswegen stellen wir heute einmal einen neuen Fleischpartner vor. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig und da könnt ihr euch auch wirklich drauf freuen, weil die Infos sind, glaube ich, sehr spannend. Und vielleicht noch die eine oder andere Neuigkeit. Was Johannes hier aufschneidet, ist etwas, was uns wirklich sehr stolz macht. Denn es handelt sich hierbei um Vacu Burger Patties. Und ich kann das ja mal hier so zeigen, weil dann sieht man auch, was hier steht. Hier steht Vacu F1 Burger Patties. Und jetzt ist vielleicht folgender Punkt. Wer uns schon lange guckt, wer uns lange verfolgt, weiß, dass wir nicht nur auf eine gute Qualität stehen, sondern auch darauf Wert legen, dass es den Tieren gut geht, dass die Tiere gut gehalten werden und so weiter und so fort. Und beim Thema Vacu kommt man in Stocken. Und deswegen haben wir uns da mal so ein bisschen vorgeziert und haben aber jetzt jemanden gefunden, nämlich die Wagyu-Zucht Nordfriesland, wichtiges Nordfriesland, denn du machst schon mal. Mach du mal, ich erzähl mal eine Geschichte. Da ist es wie folgt, also bei der Vacu-Zucht Nordfriesland ist es so, dass wir jemanden haben, nämlich die Familie Eggers, die ihre Rinder züchten, die auch nur eine gewisse Anzahl von Rindern haben und die den gesamten Vorgang begleiten, auch die Schlachtung begleiten. Und ja, wir haben da einen langen Zoom-Call gehabt, haben uns viele Sachen zeigen lassen und angesprochen und haben halt das auch als Antworten bekommen, was wir brauchen. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, wir werden eines Tages auch mal vorbeifahren und wir werden uns das Ganze angucken mit Sicherheit. Fakt ist, die haben gesagt, wir haben sehr hochwertiges Fleisch. Probiert das doch mal. Sonst soll ich euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man es in Steakform vor sich hat. Da habe ich doch was vorbereitet, Julian. Hier. Bitteschön. Das Video wird irgendwann dazu noch kommen, aber das ist noch tiefgefroren, wie ihr seht. Ihr könnt ja mal so einen kleinen Blick da drauf werfen. So sieht das dann aus, wenn es ein Steak wäre. Und wir haben also hier eine unfassbare Marmorierung in diesem Fleisch. Das ist jetzt Tafelspitze tatsächlich. Und daraus werden wir auch noch mal ein Video machen. Müsst ihr halt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht. Aber das darf erst mal zurück in den Kühler. Beim Grillen von so einem Vacupattie sollte man auch ein bisschen was beachten. Denn so ein Vacupattie hat in aller Regel recht viel Fett. Hier wurde, meine ich, schon Fleisch noch zugefügt im Vergleich zum Fett. Sonst wäre dieser Anteil Fett zu Fleisch zu hoch. Also wir liegen hier irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent Fettanteil. Wenn ich das direkt auf dem Rost grille, dann kriege ich den Fettbrand meines Lebens. Und deswegen mache ich das in einer Gusspfanne oder auf einer Gussplatte oder ähnlichem. Irgendwas, wo das Fett nicht runtertropfen kann. Und ja, ansonsten, ich drücke meine Patties mal kurz an und kriege so eine wunderbare Kruste. Und jetzt, Julian, kannst du schon würzen? Ja, der Punkt ist auch dabei, was man vielleicht wissen sollte. Achso, den habe ich ja hier hingestellt. Mensch, jetzt haben wir schon eine Gewürzschublade. Fängt an zu nageln, herrlich. Jetzt haben wir schon eine Gewürzschublade und ich nehme das noch aus der Hand. Ja, super. Was man vielleicht noch wissen muss, gerade beim Thema Vacu, wenn man es grillt, es kann nicht mehr trocken werden. Ja, es ist extrem schwer, diesen Burger noch zu verhauen. Ja, das ist schwierig. Wenn die gefroren sind, ist es aber auch schwerer, den Gargras zu treffen. Ja, das muss man aufwissen. Deswegen kann man sonst auch frisches Wagyu-Fleisch bestellen, gewolft und das dann selber formen. Das geht natürlich auch. Ja. So, gewürztechnisch, da kann man im Prinzip mit Salz und Pfeffer arbeiten. Wir haben jetzt den Dalmatina-Rub von Ankerkraut genommen. Das ist Salz und Pfeffer mit ein bisschen Knoblauchgranulat und ein bisschen Zwiebelgranulat. Aber in so einer geringen Menge, dass der Geschmack des Fleisches eigentlich nur gepusht wird. Denn wir wollen bei dem Burger richtig diesen Fleischgeschmack haben. Jetzt stellt euch mal vor, man dreht und es hagelt einfach. Ich weiß nicht, ob man das mal zeigen kann. Aber in so einem Videodreh ist das eigentlich eine ganz feine Sache. Bevor unsere Patties komplett durchgegart sind, kommt noch ein bisschen Käse drauf. Jetzt könnte man einfach Shatter oder ähnliches drauflegen. Wir wollen mal was testen, denn heute machen wir nur Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, wie Vacu-Patties und so. Und machen mal normalen Schmelzkäse drauf. Den kann man so ein bisschen verstreichen. Oh, der Haare wird weniger, Julian. Schön. Ich werde mal gucken, wie ich das in der Hand zusammenschneide. Aber ich glaube, wir werden hier schöne Szenen haben, wie das hier untergegangen ist. Burgerbrötchen auftoasten, ganz wichtig. Und ich sage mal so, wenn man Vacu-Fett hat, dann kann man das auch durchaus da rein tun. Das kann man durchaus nutzen dann, ja. Bei den Burger-Buns übrigens auch auf eine gute Qualität achten. Wir haben hier die Bécerei Burger-Buns. Mit denen arbeiten wir jetzt schon lange zusammen. Und die haben jetzt eine Bio-Linie. Unbedingt mal abchecken für alle Bio-Fans. Finde ich total geil. Und ist komplett kompostierbar, sagen sie immer. Die ganze Verpackung. Also die Verpackung in erster Linie. Nicht nur das Burger-Brötchen. So, so sieht das schön aus. Leicht goldig hier vorne. Fantastisch. Ja, und jetzt können wir es belegen, wie wir wollen. Und jetzt möchten wir diesen Geschmack ja nicht übertünchen. Übrigens, wenn ich ein bisschen laut mache, er riecht es daran, dass ich hier einfach überall von Unwetter erfasst worden bin. Mein Gehör ist schon hinten. So, und zwar, wenn ich das nicht übertünchen will, nehme ich auch nur puristische Zutaten. Zum Beispiel eine geile Mayo. Die ist auch neu hier. Ich sage, das ist alles von Neuigkeiten hier. Ja, auch nicht zu viel von dem Ganzen drauf machen. Denn wir wollen ja das Fleisch gleich schmecken. Und was nicht neu ist, ist der Salat hier vorne. Auf den bin ich ganz stolz. Den haben wir nämlich recycelt. Vielleicht kann man das mal zeigen, wie Männer das machen. In so ein Töpfchen reingepflanzt. Ey, die Schal hatte meine Oma auch schon. Ohne Scheiß. Wirklich, ja. Die habe ich mit Liebe ausgesucht. Ja, ja, dachte ich mir. Das ist ein dankbarer Salat. Der hat sich nämlich nochmal wieder entpuppt. Unten drauf. Patty mit Käse oben drauf. Bin mal gespannt, ob der Käse gleich beim Andrücken so schön... Oh, das sieht jetzt schon geil aus. Ja, und was soll ich euch sagen? Also so, finde ich, kann man auch mal Burger machen. Nicht immer so überladen. Sondern einfach mal ganz easy. Easy peasy. Noch ein bisschen hier oben drauf. Machen wir noch einen zweiten? Ja, wir machen noch einen zweiten. Und zwar möchte ich gerne einen mit unserer Chili-Cheese-Soße machen, Julian. Statt Mayo. Ja? Ja. Oder unten Mayo, oben Chili-Cheese. Was hältst du davon? Ich habe immer Bock. Chili-Cheese geht immer. Ja. So, einmal hier für euch fürs Auge. Das ist Nummer eins. Fantastisch. Ey, dieser Geruch, ihr könnt euch nicht vorstellen. Das ist so intensiv. Das ist so lecker. Ach so, erst mal schütteln. Warte. Schütteln ist mal wichtig. Unten mache ich Mayo rauf, ne? Wuh. Alter. Und jetzt diese super cremige Chili-Cheese, ne? Ich mache nur Chili-Cheese, oder? Okay, dann mache nur Chili. Ja, ist richtig so. Guck dir das an, ey. Geil. Oh, sehr gut. Dann ein wenig Salat von unserem recycelten Salat. Übrigens, Geheimtipp, Salat immer nach unten machen. Dann sifft das Burgerbrötchen unten nicht so durch, weil der Salat die Säfte auffängt quasi. Genau, also wir fassen nochmal zusammen. Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass hochfertiges Fleisch auch in Deutschland existiert. Es muss also nicht über den Schiffweg zu uns kommen. Von daher, checkt das gerne mal aus, wenn ihr euch für so ein Fleisch interessiert. Ich glaube, es wird euch gut gefallen. Jetzt haben wir hier Chili-Cheese, das ist einmal nochmal. Was nimmst du? Ich nehme Chili-Cheese. Ich will aber auch Chili-Cheese. Dann mache halbe halbe. Okay, mach mal so. Ich bin total gespannt. Ich habe dieses Burgerfleisch noch nicht probiert. Bislang Steak, hammermäßig. Ich bin sehr gespannt auf den Burger jetzt. Super gut. Also ihr Lieben, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns demnächst hier wieder. Aber guckt euch das nochmal bitte an. Diese Bilder hier sagen doch wohl alles, oder? Es trieft ohne Ende. Der Burger kann gar nicht trocken werden. Guten Appetit. Alter. Alter, das ist mit der Soße aber hammer, die Kombi. Boah. Alter. Alter, das ist gut. Alles ist gut.